Dieser Begriff ist in der Astronomie wichtig, aber auch beim Fotografieren. Dieses Wort steht für die Veränderung der Lage eines Objektes, eine scheinbare Veränderung, je nachdem aus welchem Blickwinkel man das Objekt betrachtet. Wenn wir unseren Standort verändern, führt dies zu einer scheinbaren Verschiebung des Objektes vor dem Hintergrund. Diesen Effekt nennt man die Parallaxe. Parallaxe. Parallaxe.